Was wollen wir von ihm? Das ist nicht gut, wenn Kobold der unschwarze Magier hinter ihnen hält. Wer sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben? Renrock und Rock und wollen das Medaillor? Das war zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Okay. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Bremsen, Bedeutung. Bremen. Kriescherschal. Guck mal was. Von den Armen. Ganz komisch. Ah. Müssen wir auch alle gedreht haben, oder? Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Wieder mal auf Abenteuer-Tour? Ja. Hm. Keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Da darf ich nicht rennen. Da sind sie nicht strikt genug. Da geht's. Geheimnisse verbotener Abteilung. Das hilft aktuell nicht weiter. Wir brauchen, was der Heck hält. In die Richtung. Leider war das erst. Das Schlimme dran ist, ich war schon in den Gebäuden 5 Mai. Ich will auf mich immer noch. Ich wünschte, wir dürfen noch ausziehen. Wir haben einen Grab nachher zu lassen. Wir haben einen Grab nachher zu schauen. Wir haben einen Grab nachher zu schauen. Gehen wir mal wieder hier hoch? Hätte man ja nicht oben rumlaufen können. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Achso. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie hat ja ganz komisch... Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Mhm. Ach, das war durch die Spiegelung. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Ja, eine Runde Training. Mhm. So, was ist meine Aufträge? Ich soll was machen. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training und Zauberkombination Luca und Brantley durchführen. Du kamst halt. Okay, wir machen was bis. Ich hoffe, wir die zweite Runde machen. Jetzt musst du dich darum... Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Mhm. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Oder so. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Ein. Zenobia Nook. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der Schlimmsten. Aber Everett und Estoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Sie haben wohl überreagiert. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der fünften Klasse könnte mir sicher helfen. Ja, für die Klasse kam Arjun bei Harry, weil er es gebraucht hat. Aber es ist fünfte erst aufgeführt, glaube ich. Und schon. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihrem Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Äh, ich kann nicht zu spätten. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldsteine spielen. Was haben wir hier für Aufträge? Das sind jetzt sechs Zenopias Koboldsteine. Zauberstab. Okay. Aufträge waren klar. Was hier? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Reveillon. Lumos. Nein, war es nicht. Hat schon war viel. Ach hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. War es noch nicht mit ihr gespielt. Würde ich jetzt sagen. Oh. Professor Howen will uns nächste Woche über seltene Wasserwesen abfragen. Kannst kaum erwarten, hier wird es. Aber wir rühren uns mal aus. Reveillon. Gute Nachricht. Wir haben eine neue Übungspuppe für Zauberkombinationen. Und du bist in Runde zwei der gekreuzten Stäbe. Wenn du Interesse hast, weißt du ja, wo du mich finden kannst. Hm. Hm. Achio. Reveillon. 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 Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Achso, hier. Achso, hier. Und wieder runter. Auf Wahrsagen muss ich nur nicht. Was haben Sie jetzt vor? Rebellion. Achso, hier. Achso. 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 Achso! Okay. Ich glaube, das hilft mir weiter. Das hilft mir sogar sehr weiter. Das ist wirklich ganz weiter. Ähm, das ist enthüllen. Unten, wenn ich das richtig sehe, muss ich diese komische Schlange reinpacken. Hier, hier. Und, äh... Um auf 9 zu kommen. 9 minus 2 sind 7. Minus 3 sind wir bei 4. Das heißt... Wenn es danach geht, ist der hier. Okay, wo... Nein? Ih, funktioniert! Geil! Der ist quadratisch. Das ist geil. Reveille. Noch mehr? Gehen. Okay. 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 wir haben hier zweimal die unterrichtsraum arithmantik macht sinn die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür auf der schulbank mondkälber zu zählen und dabei einzudösen da haben wir was okay wir enthüllen mal hier wir 15 und 8 unten haben wir noch fünf übrig laut der liste ich hoffe ich blende sie euch ein haben wir oben an 15 weniger dem unteren ist fünf haben noch zehn dann haben wir minus sechs obere bleibt bei vier übrig das heißt es ist wieder diese komische figur nein nein ich kann es noch nicht sagen was das sein soll unten haben wir 18 haben auf fünf übrig die komische figur ist eine null sechs bleibt fünf übrig das ist eine null das unten dran ist das heißt wir bleiben weiterhin bei fünf und fünf ist in die tiere noch nicht der hier und kalt einzeln einzelgänge um jetzt macht das ganze auch sinn also ich bleibe das euch jedes mal ein wenn ich das durchrechne aufs auf jeden fall dann haben wir 17 16-6 sind wir bei 11 und bei sechs ist das salamander er kann auch hier mit rechnen unten links ist 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 das aussieht muss gleich aufgebaut und dann haben wir eine 8 minus einer 7 keine ahnung was das sein soll da drüben haben wir noch eins wenige 0 bleibt klar das heißt haben wir auf der anderen seite den einhorn genau auch rein oder ja ausrüstplätze sind voll sollte mal anfangen man sich lehrbuch seit aus gehabt moment in nobias kobold steine drei stück hier halt nervig alles ein platz ich muss wirklich zurück wir sind hier bei aritmantik auch nicht noch mit und die hätte direkt in gemeinschaftsraum gehen sollen wo sie kommen auch mal wieder das sehen ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule zenobia steine finde ja danke um gleich unter red auch schade nur ein riesen ich hoffe dass sie noch ein update bringen hallo wie schön sie zu ja danke ach nee die richtung ja weiß falsche seite gute nachricht war meine übungsgruppe an der haben wir schon gehabt aber trotzdem irgendwo um platz zum lagern von meinem zeug es wird jetzt richtig 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 blöd ja auf allem die spiegeltexte und sind aber sie müssen irgendwas noch machen ok ich habe zu viel entdeckt inventars zu ich war noch gar nicht ganz unten was ist überlegt auf der anderen seite hier ist dann die räume hilft nur grad jetzt wenn ich reingehe ich habe überhaupt keinen platz ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias stein ist einer von sinobias kobold stein ich verstehe nicht was der aufruhr soll ich habe keine ahnung was das soll eigenkreation kann ja sein dass es geändert später ich okay ich ich hier die weit oben müssen ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde ab zu spiel inhalt fehlen raum reisen erweitert den horizont und das war nicht der letzte von sinobias kobold stein ich sollte zu ihr gehen wo ist die wieder und jetzt hier oben egal hauptsache in die nähe erst mal hallo vielleicht kannst du mir helfen hallo kannst du mir helfen hallo hast du mich gerufen genau ja ich dachte du hast interesse mit mir ein kleines abenteuer zu erleben genauer gesagt folgen wir einer schatzkarte du hast doch nichts gegen eine kleine verschnaufs pause vom kampf gegen trolle oder ich habe poppy gefragt aber sie konnte sich nicht von ihrem knuddelmuff losreißen ich habe zwei karten gefunden beide führen zu orten rund um hogwarts willst du dir eine ansehen klingt faszinierend eine hogwarts schatzkarte folgen ich bin dabei wunderbar hogwarts fasziniert mich du kannst den schatz behalten auf den deine karte hindeutet ich will nur wissen wohin sie führt vielleicht schau ich es mir an wo sollte ich mich zuerst auf die suche machen nach einem flüchtigen blick auf deine karte würde ich vorschlagen irgendwo bei hackets klassenzimmer anzufangen ok na gut ich gehe auf schatzsuche wenn ich zeit habe na gut wir treffen uns hier wenn du was gefunden hast ok ich glaube ich auf schatzsuche sondern heimes lag im schloss jede menge kobold steine muss eigentlich vorankommen die nebenaufgaben die ersten organisierte orientierungspunkte art und schatzkarte nein sauberstab griffe die sind nicht in ausrüstung mit dabei hoffe ich zumindest machen wir das noch fertig bin ich eigentlich hochgelaufen an Musik Musik